Okay, diese Tat will keine Konsequenzen haben, dass ich den Vogel aus dem Fenster auslassern, diese Tat will Konsequenzen haben. Aber dass ich ihm gesagt habe, er soll nicht zur Party gehen, und das nicht. Dann will ich jetzt was anderes gerechnet, okay. So. Was ist denn das für ein Geräusch? Vielleicht ist da wieder eine Drohne rum? Das ist doch ein Geräusch. Das ist wirklich eine Drohne. Gut, dass ich das Geld nicht von Prinz. Was? Oh. Das ist doch cool. Das ist doch richtig cool. Ob ich jetzt zeichne, ob ich da unten ganz richtig... Ja. Wo haben die Jungs? Moment mal, wir gehen doch auch immer da rein, oder nicht? Dann vertue ich mich da jetzt. Hey. Hey. Nein, sag mal, wenn morgen vorbei ist. Damit hat es schon ein letztes Spiel sein. Oh, ich habe Steine gefunden. Einen Steinmenschen bauen. Oh nein. Sagen Sie, nennen Sie etwas, was man aus Steinen bauen kann. Einen Steinmenschen bauen. Eine Fotos. Für eine Posterität. Hallo, Drohne. Hallo, Drohne. Okay, woher kommen diese Röcke? Das ist zu Blair Witch für mich. Blair Witch Project. So. Neues Foto. Okay, jetzt brauchen wir Hunde. Hundis. Oder müssen die Munde sein könnten, aber auch Eichhörnchen zum Beispiel sein. Eichhörnchen und Fußabdrücke. Das ist so ironisch, dass Warren gefragt hat, Max zu den Röcke. Brooke nicht glücklich ist, dass ich mit Warren mit Warren gehen gehe. Hey, Brooke. Wie geht's dir? Begültig, was mit Kate passiert, könnte ich besser sein. Du bist okay? Ich fühle mich besser, wenn du einen Röcke für einen schnellen Flugzeuge nehmen kannst. Frau Grant endlich verabschiede und hat mich wieder fliehen. Was? Moment, wir werden ganz kurz. Schätzle kennen. Weil wir ins Autokino gehen? Oh, sonst ein bisschen knusprig wird. Ja, mir geht's gut. Was ist denn los, Mädchen? Ja, ich kann's nicht mit meinem Gehirn über die Eclipse und die Beeched Whales. Ich habe das Gefühl, die Wissenschaftler hat ein paar Ideen. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend That makes sense Two big brains are better than one Or mine We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon But even Miss Grant has no clue I have to go Talk later, Brooke Good, Nathan is not around I should go back to Chloe Juhu Also Ich hab gedacht, ich hab jetzt neue Informationen bekommen Warren is not good enough for you Okay I saw Nathan pissed and walking off campus earlier Good luck getting that date, Max I can't Warren and I Oh, he asked you? You know, science geeks stick together But honestly Neither of us can explain this phenomenon It's pretty scary Can I die Drohne haben? I might feel better taking your drone for a bit Miss Grant finally gave up Really? You are perceptive, Max Now, excuse me My drone needs me Ja, ja Aber warum kam gerade der Hinweis mit dem Dün 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 Ja, ganz schön angefüsst, die kleine Ach, Mensch I had to clear away another batch of dead birds today Sad Makes me mad Oh I think everything is changing here As a scientist, I'm fascinated As Michelle Grant, I'm very worried Arcadia Bay is scared too Maybe I should have asked Look at the weather And the animals Not to mention poor Kate Marsh We all need to look out for each other these days Hey Kleiner Hey Kleiner Hey Kleiner Did you think you could hide from Max Caulfield Squirrel Paparazzi Sag mal, such da mal ein anderes Eichhörnchen Ich brauche ein Foto Wo könnte man noch ein Eichhörnchen hier finden Eichhörnchen Eichhörnchen Von dem kann ich ganz machen, ne? Das reicht nicht, ne? Oh, jetzt komme ich hier nicht rein. Ja, dann nicht. Du, 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 hallo. Das stimmt. Wie ist es, Samuel? Wie geht's dir? Sad und vergrüßt, wie alle anderen in Arcadia Bay. Du hast auch viele Fragen. Ich habe noch ein Millionen Fragen über was passiert in Arcadia Bay. Das muss sein, warum Frau Gantt sagt, du bist eine der Lieblingsstudenten von Blackwell. Ich will beide Sachen fragen. Oh Mann. Der Huder war schon voll traurig. Tut mir voll leid. Mir tut mir immer leid. Ich glaube, dass Rachel Amber ein paar Antworten hat, wenn wir sie finden können. Wenn Rachel will, sie zu finden. Du denkst, dass sie lebend ist? Sie wird immer lebend sein, in unseren Geheimen. Manchmal, das ist alles, was wir haben. Aber... Max, all I can tell you is to stay on your path, and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting, too. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. The Tabanga is doch... Is doch das Ding, ne? Der, der, ähm... Oh, wer ist das Ding hier? Der Tod, dem, was da hinten in der Ecke steht. Was ist mit ihnen passiert? Ich würde sagen, der Skye ist zu verhörter für ihre Wände, aber... ... etwas Schmerz ist im Meer. Es ist so ominös. Unless es ist Fade, dann ist es nicht wichtig. Oh ja. Oh ja, looks hea. Ja, puhersen cool liige. Komm her. Kima rein. Kima rein. Komm. Ja, aber wie? Kima, kima da rüber. Aus einem anderen Blickwinkel. Oh, Locken. Wir nehmen uns einfach nur ein bisschen. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Können wir mehr locken? Da sind sie. Foto. Oh, wie süß. Oh, wie süß. So, jetzt brauchen wir nur noch, äh, Fußabdrücke. Irgendwo. Irgendwie, irgendwann. Oh ja. Oh, wie süß. Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. I definitely have... Oh. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they, they just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh, no. You're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. So, what do you know about Nathan? I know enough to not want to know anymore. Well, okay. Enough said. You know a lot of Blackwell's secrets, so I thought you could help me. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by wanting you to be careful. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Almost everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. I'm sorry. I better get going now. Hmm. Hello, Max. Hello. Thanks again for helping me. Mrs. Grant looks interested in whatever Samuel is saying. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell's surveillance for you. You're not a problem. I'm not a problem. I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. No way. I just have to ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? Was ist, wenn ich jetzt gehe und dann zurückspule? I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Kriege ich da mehr raus? Momentan. Hi, Miss Grant. Max, you... Hm. Na. Also, sie haben nur Informationen abbekommen. Ich war looking for... Ich bin super... Erinnert sich nichts dran. Nope. Nope. I saw him leave... Too much. I can tell. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate was the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe. Not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow and whales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end of the world posters. Unless you know something I don't. Boah. I wonder if the Tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tabanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good to talk to you, Max. It's time to clean up graffiti for most people. So, we need to talk to you, Max. So, we need to talk about Fußabdrücke. We need to talk about Fußabdrücke. We need to talk to you, which we can talk about. Okay, we have to talk about some information. So, und wir können uns ja theoretisch mal mit, ähm, mit Chloe unterhalten. Können wir jetzt endlich hier reingehen? Könnte man theoretisch. Höartisch. The coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Ah, stimmt. Bei den anderen sind ja nur die Mädchen drin. Ich vergaß. Ja, Mann, ja. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, ne kata mu ja? Who needs a dorm map anyway? Oh Gott. Ja, ganz schön viele Informationen und ja, sieht nach dem Jungheim aus. Ähm. Who would steal cat pics? Belohnung. Am 15 September wurde mein Rucksack mit allen meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Die Schulbücher sind mir egal. Auch auf dem Tablet waren viele Fotos meiner verstorbenen Katze. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Bitte. Diese Katzen waren... Diese Katzen waren... Diese Katzen waren meine beste Freunde. Ja, da kennen wir schon. Oh, da... Smiley würde ich schon sagen... Das hat Gesichter unten rechts. Oh Mann. Oh Mann. Das Ende der Gelegenheitsspieler. Tritt den Gamergeist bei. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von COD bis WoW. Wirklich? COD und WoW? Okay. Von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitags. Wechsler-Media-Center-Notes in Uhr. Wo kann man sie damit? Von COD bis WoW. Okay. Was? Hallo? Oh, why hello Trevor and Dana. Mhm. Mhm. Ja, sind's. Man muss... Toilettenschlachten machen. Genau. Toilettenpapierschlachten. Wieso kommen wir denn hier nicht rein? Oh. Äh... Ja, ist klar. Mhm. Ja, ist ein Jungs-Dings. Ja, ist ein Jungs-Dings. Ja, ein Mensch könnte ein Grausam sein. Zack oder Logan. Wer weiß. Bro's got a Bro. Okay, wohnt der Vogel hier. Können wir einfach den Alarm auslösen? Oh, Skunkweed und Videogame. Ich sehe, Hayden ist nahe. Ja. Alles klar. Wir gehen mal kurz kurz da rein. Hallo. Wir kommen da nicht rein. Hallo. Mensch. Welches Videospiel habe ich gehört? Mhm. Das macht mich einfach an Kate denken. Hallo, Warrens Room. Hawking und ihm machen eine gute Team. Ich kann ein wenig Spaß mit Warren für eine Veränderung haben. Ich meine, er ist derjenige, der abeilt möchte. Und manchmal muss man eine Chance nehmen und sehen, was passiert. Ich hoffe, Warren nicht denkt, das ist zu dorky. Ich meine, nicht wie er nicht ist. Er wird lachen, oder? Ja. Ja. Hm. Oh, du Bigfoots. Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Entdecken sie Oregons großes Geheimnis. Für Infos und Merchandise gibt's die E-Mail-Risse dazu. Das kann nur Nathans Room sein. Sicher? Gut, dann sind wir ja schon da durch. Von daher. So viele Optionen haben wir ja jetzt nicht mehr. Und hier gibt's nichts Neues? Okay. Fußabdrücke. Haben wir noch irgendwie Fußabdrücke, die ich noch irgendwo hätte sehen können? Nein? Nein, keine Fußabdrücke. Gut, ich komme ja nicht rein. Na gut. Dann gehen wir mal da rein. Ja, das wird doch niemand. Ich will doch gar nicht auf. Was zum... Was zum... Was zum... ... ... ... ... Musik 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 Musik